Ich würde die TMS aufgrund der praxisnahen Ausbildung des kompetenten Lehrerteams der familiären Atmosphäre nochmals wählen. Warum ich die TMS jederzeit wieder machen würde? Ich bin gerade hier in Paris und das aus einem ganz einfachen Grund. Ich durfte gestern eine Show spielen und das auf Französisch. Ich wusste damals nicht, dass ich die Sprache tatsächlich in meinem Beruf brauchen würde. Aber nun ist es soweit und natürlich brauche ich auch Englisch tagtäglich. Und ein weiterer Grund, bei mir zu Hause sind die Gläser garantiert immer poliert. Die TMS St. Pölten hat mir eine sehr unbewahrliche schulische Ausbildung geliefert. Ich habe dort sehr viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen, ob es die touristischen Erfahrungen waren, die ich in Praxisbezug dann auch umsetzen habe können, zwei Jahre lang. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Pfeffer und ich habe 2014 in der Touristenschule im Wifi in St. Pölten maturiert. Und ich habe jetzt echt mal so reflektiert, ob ich irgendwas anders machen würde in der Vergangenheit. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich würde die Touristenschule ein zweites Mal machen. Weil ich einfach die Zeit so positiv in Erinnerung habe. Auch die ganzen Lehrer, die ganzen Ausbildungen, die ganzen Zusatzausbildungen, die man bekommt, das Showparkheepen, also das ganze Paket, Touristenschule im Wifi St. Pölten ist echt so perfekt. Für Leute, die in der Gastronomie sind oder auch vielleicht in Zukunft mit Marketing starten wollen oder einfach, ganz egal was du machen willst, das bildet einfach ein richtiges Fundament für deine Karriere. Also wenn du jetzt an dem Punkt stehst, wo du sagst, hm, irgendwie bin ich mir noch nicht ganz so sicher, in welche Richtung ich gehen soll oder welche Schule ich besuchen würde. Nimm einfach die Touristenschule im Wifi St. Pölten. Mach die Fünfjährige, weil eins kann ich garantieren, du wirst dich nicht bereuen. Also ich werde auf jeden Fall wieder in die Touristenschule gehen. Erstens, weil es einfach eine superschöne Zeit war und zweitens, weil man die Touristenschule schon in jungen Jahren ermöglicht hat, dass ich sehr viel im Ausland gearbeitet habe und jetzt in einer der besten Basen in Österreich arbeiten kann. Weil es einfach eine wirklich gute Ausbildung war. Ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen sehr viel Wissen vermitteln gekriegt, sehr viele Erfahrungen von den Lektoren und Lektorinnen vermittelt gekriegt, die ich auch selber im heutigen Leben, in meinem Leben einsetzen kann. Ich habe mich ausprobieren dürfen, ich habe viele Fehler machen dürfen, wo ich eigentlich sage, Fehler sind so wichtig, damit man auch selber weiterkommt, sich selber weiterentwickeln kann. Und ich denke sehr, sehr gern immer an die Zeit zurück, weil es nicht einfach nur stupides Lernen war, sondern einfach ein gemeinsames Miteinander durch Höhen und Tiefen gehen und das ist einfach wirklich die beste Ausbildung, die ich mir vorstellen kann. Ich würde die Tourismusschule St. Pölten wieder besuchen, da sie einen durch die facettenreiche und praxisnahe Ausbildung ideal für den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet. Für mich ausschlaggebend waren die vielen Fremdsprachmöglichkeiten, die mir auch jetzt noch enorm weiterhelfen. Außerdem kann durch die niedrige Schüleranzahl und den damit verbundenen familiären Umfeld ideal auf den Einzelnen eingegangen werden, was einem natürlich persönlich extrem weiterhelfen. ZD эпiläu ZD ZD ZD